Hallihallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Fledermaus-tastischen Folge Batman Arkham Origins Die Brücke, Freunde, von Gotham City liegt in Schutt und Asche. Wir, oder beziehungsweise ich, bin gerade offscreen schon mal auf dem Weg zur südlichen Bombe gewesen. Bin dann hier in der Brücke eingebrochen und muss jetzt ganz schnell den Weg nach oben finden. Ähm, Öfe? Ähm, Öfe? Okay. Wo auch immer ich jetzt bin. Hä? Ach, da muss ich hin. Okay, na dann. Wir wollen jetzt die Brücke stammt. Ihr werdet sie nicht mal wieder erkennen. Ich muss die letzten beiden Bomben entschärfen, bevor ich mich um Firefly kümmere. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich muss erstmal irgendwie gleiten. Wo soll ich denn hingleiten? Ah, guck mal einer an. Das, äh, könnte ein Weg, äh, nach draußen sein. Da muss ich jetzt drauf gleiten? Ach du Scheiße. Achso. Einen Moment mal, da unten bewegt sich jemand. Könnte der Brücke sein? Verfolge die Zielperson. Wo denn jetzt hin? Da hin. Alter, das ist schwierig hier so durchzubrettern. Ohne zu wissen, wo es eigentlich richtig lang geht. Scharfschützen. Na klar. Na klar. Ist ja nicht schwer genug ohnehin schon. Nein, da kommen jetzt hier noch irgendwelche Scharfschützen. So, Nummer 2. Und, äh, dann hole ich mir den mal noch hier finden. So, darf ich mal eben? Danke. Gut. Schlaf, mein Baby. Schlaf. So, gut. Das hat doch funktioniert. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt hier in die Türe rein. Und mich um die nächste... Ach du, Jemini. Ach du Scheiße. Okay. So, Freunde. Ich komm zum Spielen. Was? Was? Wer braucht eine Knarre? Das kannst du knicken, mein Freund. Lass die Knarre. So. Das mit dir. Aua. Jetzt holt er sich schon wieder eine Knarre da hinten. Aua. Wer hat denn jetzt noch eine Knarre? Alter, lass die Knarren da, wo sie sein sollen. Ich brauch meine Knarre. Jetzt reicht's aber hier. Nichts ist mit Knarren. Ihr könnt eure Knarren... ...sonst wo hängen lassen. So, jetzt reicht's hier. Pack die Schrotflinten ein. So. Nein. Lass die Knarre hängen. So, wer hat noch eine Knarre? Nein, 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 nein. Es gibt keine Waffen mehr. Keine Waffen mehr für die Gegner. Okay. Warte, der hat eine Knarre hier. Der will auf uns ziehen. So, den haben wir. Dann mach ich dich. Und dann kriegst du dein Fett weg. So, mein Freund. Du willst wirklich? Hier. Meine Elektrofaust. Nice. Haha. Gut, so. Wohin? Da rein oder was? Ich nehm's an. Ich muss wahrscheinlich erstmal hier irgendwas benutzen. Strom ausstellen. Tür öffnen. Und... ...natürlich die nächste Bombe. Jetzt sind wieder meine Heckkünste gefragt. Los geht's. Das wird kein Zucker schlecken, aber ich werde... ...zum Verrecken versuchen... ...die Leute zu retten. Irgendwie werden wir's schon schaffen. Schwell... ...was schwerbrannt. Okay. Das geht wiederum jetzt gerade ein bisschen leichter, oder? Feuerteufel kommt da raus. Jo. Nice. Okay. Nächste Bombe in Schaft. Nur noch eine Bombe. Am anderen Ende der Brücke. Okay. Aber am anderen Ende der Brücke... ...wie komme ich da denn jetzt wieder hin? Wie komme ich denn jetzt zum anderen Ende der Brücke? Ich komme doch da nicht wieder... ...oder? Ich habe die Codes, nach denen Sie gefragt haben. Gut. Ich melde mich, wenn ich an der Tür bin. Sie sollten auch wissen, dass die Geiseln, die Sie befreit haben, entkommen sind. Sie erzählen Geschichten von dem Helden, der Sie gerettet hat. Ich möchte kein Lob, Alfred. Das dachte ich mir. Ist es so schwer, einmal gute Laune zu haben, Sir? Ich will die Gesichter der Bullen sehen, wenn ich die Brücke ins Gehzeit sprenge. Er verdrennt jetzt Fahrzeuge. Die halbe Brücke steht in Flammen. Bleibt noch Abstand. Provoziert ihn nicht. Die Bombenstab sind fast da. Ich muss die letzte Bombe erreichen, bevor Gordon und seine Männer Firefly zum Handeln zwingen. Ja, ja, das versuche ich gerade, mein Lieber. Aber das ist auch nicht so einfach hier. Ich schmier nichts, dir nichts. Jetzt, äh, überall mein, 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 äh, Batman-Schaum zu. Komme ich da einfach so rüber? Jo. Ist halt alles nicht so einfach. Ne, wir müssen hier schon ein bisschen, ein bisschen, äh, am Stissel bleiben. Weißt du, wie ich meine? So, Tür auf. Bombe Nummer 4, wartet. Alter, als ob jetzt hier wieder neue sind. Okay, die hau ich jetzt aufs Screen aufs Maul. So, und das war der letzte. Lief ganz gut. Ging auch relativ flott. Aber, wie gesagt, ich... Okay, alle einreisen, wir stürmen. Auf geht's, Leute. Nein. Gordon, ich hab drei der vier Bomben entschärft. Sobald ich die letzte Bombe entschärft habe... Wir stürmen jetzt. Dafür ist es zu spät. Alfred, öffne die Brandschutztür. Wie Sie wünschen, Sir. Was macht denn der Gordon? Warum vertraut er uns denn nicht, der dumme Hund? Ich muss mal eben, ne? So, hier. Schnell. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Wir müssen die letzte Bombe. Wo ist die letzte Bombe? Wieder so ein 2D. Okay. Ich muss mich um die Ecke hangeln. Alter, das sieht so cool aus. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab doch gesagt, Leute. ...firefly-Büßen. Wer ist hier? Wir müssen nur die Augen aufreisen. Wir sollten uns das Hubschrauber-Bug ansehen. Er sucht vielleicht nach überleben. Da ist er. Na, bieb ich auf. So. Wabum. Aua. Jetzt kommen hier echt ein Haufen Gegner, oder was? Ich lach mich kaputt. Ist ja nicht so, als ob ich hier nicht genug kämpfe die ganze Zeit. Nein, da kommen jetzt hier noch so ein paar Heinis. Die meinen, die müssten jetzt hier richtig loslegen, ne? Find ich geil. Find ich wirklich geil, Freunde. Find ich wirklich gut. So, jetzt reicht's. Es ist Schluss mit lustig. Wir essen bei Zeiten. Es ist Heiligabend. Und ich will zu Hause sitzen, meine Pute essen. Nix ist hier. Wird nix übrig gelassen. Ich hab die Schnauze voll. Ja, na klar. Es kommen immer wieder welche, oder was? Jetzt ist aber, jetzt ist aber, jetzt ist aber wirklich, jetzt ist aber gut. Wie lange muss ich denn jetzt hier kämpfen? Ich muss die letzte Bombe noch entschärfen. Sonst ist Gordon und seine Leute am Arsch. Checkt der das denn nicht? Was, was hat der gerade gesagt? Wo kommt der Typ her? Ist der blöd? Der kämpft die ganze Zeit gegen mich. Und vor allem krieg ich hier aufs Fressbrett gerade. Jetzt ist Schluss. Geht doch. Der Joker sitzt im Knast. Es gibt kein Kopfgeld. Du kannst jetzt aufgeben oder ich zwinge dich dazu. Keine Wahl. Fass mich nicht. Autsch. Das läuft so nicht nach Plan. Du, hier bleibst du, mein Freund. Es wird schön hier geblieben. Ah, er hat den Zünder verloren. Das ist schon mal Punkt für uns. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht flambierte Fledermaus werden. Welche Werkzeuge? Welche Werkzeuge, Betts? Okay. Äh, Klebegranate, okay. Au. Hä? Was? Ach du, Jiminy. Ach du, Jiminy. Ach du, Jiminy. Ach du, Jiminy. Alter, kannst du mal bitte versuchen, äh, an den Flammen auszuweichen, Betts? Jawohl. Okay. Kann ich ihn jetzt runterziehen? Kann ich. Kann ich nicht. Okay. Warum auch immer. Mann. Okay, das ist ein Kampf, den, äh, gewinne ich beim ersten Mal definitiv nicht. Okay. Bisschen Schaden habe ich gemacht. Okay. Nice. Alles klar. So, dann komm mal her, mein Freund. So, dann komm mal her, mein Freund. Du hängst mir am Haken und du kommst nicht davon. So, das nur noch zwölf Mal, dann habe ich's. Du sagst, du sagst, ich sage Brandstipter. Du sagst, ich sage Brandstipter. Ja, ja, schon klar. Ich liebe diesen Teil. Ja, ja, ich auch. Du kannst mich mal. Alter. Alter, die Flamme. Komm schon. Nein, du kommst hier heute nicht mehr weg. Ich hänge dich hier an meinem Strick schön an den nächstgelegenen Haken, mein Freund. Oh, jetzt, jetzt reiße ich dir aber sowas von dir Fleder, äh, die, die Flüge raus. Hat noch nicht so ganz geklappt, aber geht schon noch. Der Zünder. Oh, dem Fledermaus kann ich fliegen. So blöd. Nicht. Es wird wärmer. Oh, jetzt schmeißt er mit Bomben. Was ist denn jetzt der Plan? Ich kämpfe immer noch gegen ihn. Aber wie lange? Wo muss ich hin? Au. Schön, dass ich auch keine Energie zurückbekomme. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ja, ich würd' doch. Oh. Nein. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist falsch. Ja. Oh, nein, ich würde jetzt nicht noch mal alles von vorne machen müssen. Ja, er grillt mich. Er grillt mich. Oh, shit. Nein, nicht doch. Nach, alter. Kann doch, bleibt doch, Betz. Betz, was tust du? Komm schon, ich will schnell, Battling. So, jetzt komm her, das letzte Mal. Ich hau dir jetzt richtig aufs Maul und dann reiße ich dir deinen brennenden Flügel aus. Hast du mich verstanden? Warum ist man eigentlich so krank im Kopf wie Firefly? Was hat man denn davon? So, jetzt aber hier. Ich stutz dir die Flügel, mein Freund. Als ob er immer noch lebt. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh, oh. Dann mach's doch, Batt. Nö. Oha, das endet nicht gut. So, hier. Dein Flug endet hier. Bitte steigen Sie aus. Du brauchst ein neues Hobby. Er hat's geschafft. Die Fledermaus? Ich glaube, wenn Sie der Bombenstaffel nicht befohlen hätten zu stürmen, leg die Brücke jetzt am Grund des Flusses. Bringt ihn hier weg. Easy. Sie haben nicht zugehört. Ich höre nicht gern auf gesuchte Kriminelle. Ich höre nicht gern auf die Polizei. Ich hätte es zur letzten Bombe schaffen lassen. Ja. Und ich hätte den Zugriff zu der Sicherheitstür geben sollen. Aber eigentlich haben wir es ziemlich gut hingekriegt. Und so wurden sie Freunde. Freunde fürs Leben. Ja. Und jetzt ab zu Alfred. Alfred. Oh nein. Ich bin in deinem Haus. Bruce. Bane. Geheim. Verabschiede dich. Sobald du Zeit hattest, Trauer in Wut zu verwandeln, bist du bereit, mich zu treffen? Es steckt noch genug Leben in ihm für ein paar letzte Worte, wenn du dich beeilst. Alfred. Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Bane, du verdammtes Schwein. Dafür mag ich dich fertig. Alfred. Alfred. Meine Detektivsicht funktioniert nicht. Halt durch, Alfred. Alfred. Verdammt. Bane hat den Computer beschädigt. Ich muss die Detektivsicht wiederherstellen. Ich komme, Alfred. Ich komme. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Reinsehen, Freunde. Bleibt alle schön dabei. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Wenn ja, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung nicht vergessen. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und die Kommentarsektion wieder mit euren netten Worten voll Spam. Auf Instagram könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ich danke. Wir suchen in der nächsten Folge nach Alfred. Bleibt bis dahin. Schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.